Hallo Kevin, ich, der Dieter und der Billy vom Kanal Auto mit Billy wollen dir herzlichen Glückwunsch sagen für deine 100 Abos. Mittlerweile sind es ja schon über 140, ich blende mal ein wie viel es aktuell sind und hier ist jetzt unsere Videoantwort an dich. Du wolltest wissen welcher der älteste und welcher der neueste Ausrüstungsgegenstand ist, den man bei sich hat und das sein würde jetzt mal, aber dafür suchen wir uns noch einen anderen Platz. Also wir finden deinen Kanal echt super, du bist hier der Boküs der Outdoor Küche und auf unserer Tour einfach raus wollten wir Pfannenkuchen machen. Das haben wir bei dir gesehen auf deinem Kanal in einem Video. Ich hatte aber den Teil schon gemixt in einem Glas mit im Rucksack. Leider wurde es so früh dunkel und wir konnten einfach keinen Platz zum Kochen finden. Deshalb mussten wir darauf verzichten, mussten die zu Hause braten. Aber wir werden es wieder probieren. Du hast uns inspiriert dazu. Jetzt zu den Ausrüstungsgegenständen. Und zwar, mein ältester Ausrüstungsgegenstand ist dieser Topf, weil ich wollte immer eine Pfanne haben. Ich habe ja nur diesen Wassertopf bei dem SBIT-Kocher. Und da habe ich mir dieses Töpfchen hier besorgt, habe den auch einige Male benutzt, kam dann aber auf diese hier leichter, mehr Fassungsvermögen, besser. Das ist mein ältester Ausrüstungsgegenstand, das Töpfchen. Er schneit gerade. Und mein neuster ist diese Trinkblase, weil ich immer zu wenig getrunken habe, weil ich zu faul war, den Rucksack abzunehmen. Und mein Rucksack hat ein Fach für ein Trinksystem hier hinten. Und da bot es sich einfach an, sich so etwas anzuschaffen. Beim Billy ist der neueste Ausrüstungsgegenstand seine Rucksäcke. Denn sein Alter war totaler Mist, der hing ihm auf dem Rücken. Hier hat er es mehr auf den Schultern verteilt. Und deshalb sind diese Rucksäcke sein ältester Ausrüstungsgegenstand. Und sein neuster ist seine Wasserflasche. Das ist diese hier. 0,75 Volumen. Das reicht für Billy vollkommen. Der braucht nicht mehr. Er trinkt ja lieber aus Pfützen und Gräben. Was man dazu noch sagen kann, die neuere Pfanne, die sieht zwar kleiner aus, aber sie hat ein viel größeres Volumen als dieses Töpfchen. Ist auch viel vielfältiger durch den niedrigen Rand. Also so eine große Dose Ravioli passt ohne Probleme da rein, ohne dass man kleckert oder dass es rausschwappt. Und der Billy ist im Allgemeinen sowieso nicht so ein Ausrüstungsfan. Es sei denn, ich schleppe ihm den Kram, dann ist das okay und dann nimmt er auch mal viel mit. Also wir finden es super, was du machst. Mach weiter so mit deinem Kanal, besonders deine Kochkunst. Das begeistert uns immer wieder. Da werden wir noch einiges von ausprobieren. Und wir hoffen, dass dir die Videoantwort gefällt. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei dir oder uns im Video. Tschüss, sagen ich und der Billy. Musik in your face. Musik in your face. Musik in your face. Bis zum nächsten Mal.